und ein herzliches willkommen zurück zu einem weiterkampf hier bei super smash brothers ultimate mit mir von der youtube platz base als hobby und wenn ihr schnelle augen hatte habt ihr gesehen ich habe schon wieder einen anderen kämpfer diesmal ist es schau mal erst mal langsam aber kräftig mit die mats auch mega spaß zu spielen nicht unbedingt gegen held fabio eiter wie auch immer den held mag ich eigentlich überhaupt nicht ok jetzt werde ich angerufen ja super das muss ja auch sein das war noch meine frau ja super sehr schön ok die geist ist denn ich habe trotzdem Leben zerstört. Okay, das habe ich dir selbst verschuldet. Schade. Ähm, ja. Jetzt muss ich doch leider aufwärts zu spielen. Nervt mich ein bisschen. Einziger Tag, wo ich hätte spielen können. Okay, danke trotzdem fürs Zuschauen. War jetzt natürlich ein blöder Kampf. Wer recht damit ist, jetzt die Frau anruft und ich sie jetzt von der Arbeit abholen muss. Verfrüht. Ähm. Wow. Nur noch zwei Millionen? Aber ich glaube, das liegt jetzt nur bei Bowser. Das muss ich jetzt echt nochmal nachgucken. Das ist nur bei Bowser so wenig, glaube ich. Nicht allgemein, oder? Okay, nicht allgemein. Da habe ich nochmal nur sechs Millionen. Alles klar. Nein, danke euch trotzdem für's Zuschauen. War jetzt eine blöde Situation. Tut mir leid. Blöder Kampf in der Hinsicht. Beim nächsten Mal kämpfen wir mit Bowser weiter. Und dann sehen wir uns heute beim nächsten Mal wieder. Wer weiß, wann ich wieder spielen kann. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hoffe bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Apo. Und dann sehen wir uns. Komm ich wieder. Wie gesagt, bei auch mal einem anderen Let's Plays. Oder beim nächsten Kampf hier. Euer von der YouTube-Platz-Platz-Sophie. Viel Spaß noch. Ich muss los. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.